Sine Strange Xtreme Sine Strange Xtreme präsentiert Zarkato, die Faust des Todes! Ich muss sagen, du hast dich gemacht. Mit dir kann ich mich noch lang nicht vergleichen. Ich glaube, ich brauche euch die Wirkung seiner Todesfäuste nicht näher zu erklären. Wir sind die einzigen aus dem Dorf, die das Drachenkraut anbauen. Was, wenn die Japaner alles aufkaufen und die Seuche uns erreichen? Was dann? Die Japaner zahlen sich ja gut und ihr habt auch was davon. Zarkato und seine Leute kommen! Den Weg hättest du dir sparen können. Da ist es! Ich bin hier mit japanischen Freunden. Sie wollen euer berühmtes Kraut kaufen. Chen San, bist du von Sinnen? Du lässt dich mit dem Teufel ein. Und jetzt verlass unser Dorf. Geh! Die Japaner wollen uns hier besiegen. Wir müssen einfach gewinnen. Bei meiner Ehre. Wir werden siegen. Die Japaner sind hinterhältig. Seid auf alles gefasst. Es ist wichtig das Kraut zu schützen. Sei versichert. Mein Bruder und ich geben alles um das Kraut zu schützen. Ein Film der Superlative. Chinas absolute Karate-Sensation. Ich töte ihn! Wenn ihr mehr nicht unverzüglich sagt, wo das Drachenkraut versteckt ist, hält mich nichts davon ab. Alle drei Minuten ein von euch zu Kopf. Fleckiger Verräter! Also, überlegt es euch gut. Alles fertig? Wenn Chen Sing sich die Hände blutig macht, werden Leichen fallen. Das härteste Duell der Filmgeschichte. Zarkato! Die Faust des Todes!